Wissen. Leben. In der Podcast-Reihe der Medizinischen Universität Innsbruck sprechen Forscherinnen und Forscher mit Laurin Mauracher über ihr Fachgebiet und ihr Wissen. Hören Sie in Folge 5 den Kardiologen Sebastian Rheinstadler. So, hallo und grüß Gott beim 20 Jahre MedUni-Podcast. Ich bin Laurin Mauracher und heute zu Gast ist Sebastian Rheinstadler. Hallo Laurin, grüß Gott auch von meiner Seite. Grüß dich. Darf ich fragen, was du machst? Ja, also ich bin zweiter stellvertretender Klinik direkt an der Abteilung für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Ich bin da einerseits vor allem ärztlich tätig im Bereich der Herz-Kreislauf-Medizin, andererseits natürlich engagiere ich mich entsprechend sozusagen in der Lehre und in der Forschung, wo wir in der kardiovaskulären Medizin unseren Schwerpunkt haben. Also Herz und Kreislauf im Allgemeinen. Ganz genau. Genau. Jetzt häufigstes, was bei Herz auftritt, sind so Sachen wie Herzinfarkt und was sind denn die meisten Krankheitsbilder, die es behandelt? Ja, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also mit eines der häufigsten Krankheitsbilder überhaupt, das ist nicht nur in Österreich so, sondern auch weltweit, ist der akute Herzinfarkt. Und der tragt da ganz wesentlich zur Krankheitslast bei, die kardiovaskulären Erkrankungen bedingen. Es ist ja weiterhin so, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel in der EU, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, mit fast 50 Prozent die Haupttodesursache sein. Und deshalb von großer Relevanz. Da spielt eben der Herzinfarkt eine ganz zentrale Rolle. Darüber hinaus ist die chronische Herzschwäche ein wichtiges Thema, das unseren Alltag auch prägt und wo wir viele Patientinnen und Patienten haben. Und zum Beispiel auch zunehmend Herzklappenfehler, also Verkalkungen, zum Beispiel der Ortenklappe, die gerade beim älteren Menschen sehr häufig auftreten, zu Symptomen führen, ganz klassisch. Und die wir dann mittlerweile mit sehr, ich würde sagen, innovativen und tollen Therapiemethoden auch behandeln können. Jetzt natürlich, die Krankheit hat eine andere Behandlung, aber man würde ja sagen, dass so mysteriös ist das Ganze gar nicht. Man denkt ja, der Herz-Kreislauf, beim Herzinfarkt geht der Gefäß zu und die Durchmutung ist gestoppt. Was gibt es dort noch zu forschen? Also ich glaube, wir können durchaus mal über das Thema Herzinfarkt reden. Es ist ein sehr spannendes Thema und eine der großen, glaube ich, Erfolgsgeschichten der modernen, evidenzbasierten Medizin tatsächlich. Und bevor wir ins Jetzt schauen, vielleicht mal einen kurzen Rückblick. Ich weiß nicht, wusstest du zum Beispiel, was denn der teuerste Herzinfarkt aller Zeiten war? Nein. Keine Idee. Irgendein wichtiger Mensch möglicherweise, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Es war der 34. Präsident der USA, der Eisenhower. Der hat in der Mitte der 50er Jahre beim Golfspielen plötzlich so ein Unwohlsein verspürt, bis zur Diagnose. Der Herzinfarkt sind mehr als 24 Stunden vergangen, was heutzutage sozusagen ein No-Go wäre, solange diese sehr häufig und eigentlich oft leichtzustellende Diagnose festzustellen. Und das hat damals dazu geführt, wo die Nachricht dann öffentlich war, ein paar Tage später, dass die Börse wirklich gecrasht ist. Der hat 14 Billionen Dollar an dem Tag der Dow Jones verloren. Das ist sozusagen historisch gesehen der teuerste Herzinfarkt aller Zeiten. Und warum war das so? Weil damals die Sterblichkeit am Herzinfarkt in den ersten Tagen, Wochen nach dem Herzinfarkt bei fast 50 Prozent gelegen ist. Und wenn man dann schaut, die Jahrzehnte darauf, bis ins Jahr 2023, hat sich die Sterblichkeit durch verschiedenste Maßnahmen tatsächlich auf deutlich unter 10 Prozent reduziert. Und das ist wirklich eine enorme Entwicklung, die da passiert ist. Gleichzeitig gibt es weiterhin leider Patientinnen und Patienten, die zu spät diagnostiziert werden und dann auch eben diese 5 bis 10 Prozent daran versterben. Und weil es auch so häufig ist, gibt es da durchaus noch sozusagen den Bedarf weiter zu optimieren. Und das ist ganz ein wesentlicher Schwerpunkt neben der klinischen Tätigkeit bei uns, dass wir da sozusagen das intensiv beforschen und versuchen, neue diagnostische, strategische Tools zu untersuchen, aber auch nochmal dann die Behandlung sozusagen weiter zu optimieren und dann Fortschritt zu erzielen. Also zum Nachgewiesen, dass die Medizin da einen massiven Fortschritt schon geschafft hat, das ist es. Ganz genau. Als Eisenhaus aus Zeiten war das 50-50 Chance und heute ist es unter 10 Prozent. Aber 10 Prozent, wenn jemand sagt, ja sie haben jetzt 10 Prozent Chance, dass sie sterben, dann wird der Patient auch nicht ganz happy sein. Das müssen wir noch weiter drücken. Ganz genau. Und wie könnte man denn die Quote noch weiter drücken jetzt? Da gibt es verschiedenste Ansätze und es ist tatsächlich, weil die Therapie schon vergleichsweise sehr, sehr gut ist, nicht mit einer einzelnen simplen Maßnahme erreichbar. Das ist ganz klar. Das sind viele Forschungsgruppen weltweit, die daran arbeiten. Wir verfolgen vielleicht ganz konkret zwei ganz klare Ansätze. Der erste Ansatz, wenn ich das kurz ausführen darf, das ist der Ansatz der Triage der Patienten. So ein Wort, was man jetzt im Zuge anderer Erkrankungen in den letzten Jahren immer wieder mal gehört hat. Beim Herzinfarkt ist es tatsächlich so, dass es verschiedene Abstufungen gibt. Es gibt die schwerste Form des Herzinfarktes, wo man sofort zu jeder Uhrzeit eben die Durchblutung wiederherstellen muss. Dann gibt es aber auch sozusagen Abstufen und vergleichsweise nicht so schwere Herzinfarkte, wo man ein gewisses Zeitfenster hat, zum Beispiel 24 Stunden. Und bis man diese erste Maßnahme spätestens setzen muss, diese Wiederherstellung der Durchblutung im Herzkatheter. Und die Kunst ist oft gerade in Zeiten, wo Ressourcen nicht unendlich verfügbar sind und man nicht jederzeit bei jedem sofort immer alles machen kann, den richtigen Patienten sozusagen zur richtigen Zeit zu behandeln. Und das klingt trivial, ist es aber nicht. Und bis dato ist es so, dass wir ein sehr gut etabliertes sogenanntes Herzinfarktnetzwerk Tirol haben. Man muss dazu wissen, dass Innsbruck als Zentrum das einzigste Krankenhaus in Tirol ist, dass diese Akutversorgung im Sinne der Wiederherstellung der Durchblutung mittels Herzkatheter und Wiedereröffnung des Gefäßes anbietet. Das heißt, alle anderen Krankenhäuser, alle Praxen, also in der Niederlassung, aber auch die Notärzte diagnostizieren den Herzinfarkt, müssen dann diese Abstufungen schnell treffen, muss dann schnelle Entscheidungen finden. Und es ist durchaus so, weil es so häufig ist, dass es oft gleichzeitig Patienten gibt. Ich kann mich erinnern an eine Episode, wo innerhalb von einer Viertelstunde drei Anrufe gekommen sind von Herzinfarktpatienten. Und dann ist es dann zwangsläufig so, dass man nicht sofort alle drei in einem machen kann, sondern halt abwägen muss. Und das passiert jetzt halt über Telefon und klassisch sozusagen papierbasiert. Das heißt, wir haben einen Arzt, eine Ärztin, der auf unserer kathologischen Intensivstation sozusagen 24 Stunden erreichbar ist und all diese Anrufe, wo das ganze System sozusagen eine Nummer hat, wo sie kontaktieren kann, anruft. Und dann wird da sozusagen besprochen und notiert und auch vielleicht mal was vergessen zu notieren und die Patienten halt triagiert. Also die Notärztin sagt, ah, das ist ein Herzinfarkt, wir brauchen dringend einen Herzkatheter, ruft dort an. Und wenn drei Leute gleichzeitig anrufen, dann hebt ihr ab. Dann wird es schwierig. Dann genau, dann ist das Telefon besetzt, dann reicht da niemand. Oder der Arzt ist gerade bei einer anderen Untersuchung, der muss ja auch die Patienten dort versorgen, auf der Intensivstation und sagt, der ruft in einer Viertelstunde zurück. Dann reicht er den wieder nicht. Und am Ende ist es Realität, dass dadurch nicht alles immer sozusagen vielleicht optimal läuft. In der überwiegenden Mehrheit ist das natürlich so. Aber da möchten wir ansetzen. Und da möchten wir eben auch sozusagen diese Tools, die wir jetzt haben, die digitalen Tools nutzen und haben in unserer Gruppe im letzten Jahr sehr intensiv daran gearbeitet, eine App zu entwickeln, die uns sozusagen ermöglicht, einerseits dem Zuweis, also dem Notarzt, der Kollegin im peripheren Krankenhaus, der die Patientin direkt vor Ort gerade hat und diagnostiziert, sozusagen einzugeben. Das kann man theoretisch an jedem Smart Device machen. Und da gibt es ein paar richtig relevante Vorteile aus unserer Sicht. Einerseits hat man eine systematische Eingabe und was da mal eingeben ist, das bleibt dokumentiert und jederzeit abrufbar. Das heißt, wenn ich da meinen Zettel sozusagen, wo ich es aufgeschrieben habe, jetzt verlege oder nicht mehr finde und dann mich nicht mehr erinnern kann, blöd gesagt, wenn das digital sofort schlank, aber doch ausreichend dokumentiert ist, hat man einerseits das. Andererseits gibt es technisch eigentlich sehr gute Möglichkeiten, wenn man da dann alle rechtlichen und Datenschutzaspekte natürlich berücksichtigt, zum Beispiel das EKG aufzunehmen und sofort da für alle verfügbar zu machen. Also online, über die App sozusagen. Über die App. Denn es ist natürlich so, nicht jedes EKG ist schwarz und weiß und ganz eindeutig. Und das ist auch beim Herzinfarkt so. Es gibt so ein paar versteckte Sachen, die vielleicht der weniger erfahrene Kollege, der jetzt nur am Anfang ist und in der Nacht um drei Uhr im Dienst alleine im BfL Krankenhaus steht, sich nicht sicher ist. Wenn der am Telefon das EKG beschreibt, dann ganz ehrlich, hilft dir das als Kardiologe wenig. Durch eine Zacche mehr. Genau. Und so würde jetzt eben dieses digitale Tool die Möglichkeit geben, unmittelbar sofort das EKG zur Verfügung zu haben und mit der längeren Erfahrung und da man halt jeden Tag Herzinfarktpatientinnen und Patienten betreut, kann man glaube ich oft dann einfach schneller zur Entscheidung kommen und sagen, okay, diesen Patienten bitte sofort schicken, der muss unmittelbar in den Herzkatheter. Der andere Patient, der muss nur sozusagen warten, bis der Patient fertig ist oder kommt. Der ist nicht so extrem dringend. Es gibt eben gerade vom EKG gibt es so Abstufungen, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehen kann, ob das infarktbezogene Gefäß, die Ader am Herzen, komplett verschlossen ist oder jetzt sozusagen nicht komplett verschlossen und das macht einen riesen Unterschied. Beides muss man am Ende behandeln, relativ zeitnah, aber beim ersten so schnell wie möglich. Beim anderen hat man in der Mehrheit der Fälle ungefähr 24 Stunden Zeitfenster, wo man das sozusagen dann geordneter auch behandeln kann. Genau und der App ist jetzt schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, ist noch nicht in der klinischen Routine angekommen und da sind wir gerade ganz intensiv sozusagen dran, das umzusetzen. Vielleicht einen Ausblick her. Es gibt da interessante auch Tools zum Beispiel, die dann da für die Zukunft auch integrierbar sind. Es gibt ja gerade das EKG-ische Musterbeispiel, wo künstliche Intelligenz eine Rolle spielen kann in der Interpretation von Mustern, die fürs Auge schlicht nicht erkennbar sind. Und da gibt es tolle wissenschaftliche Ansätze und auch schon publizierte Daten, die zeigen, dass man mit gewissen KI-Tools dieses verschlossene Gefäß im EKG noch mal besser herausfiltern kann, als wie eben der Kardiologe, die Kardiologe mit dem Auge. Und das wäre in einer so App auch wunderbar integrierbar. Also bei der KI würde ich mir denken, würde bei sowas wie einem EKG sehr gut funktionieren. Es ist recht komplizierte Daten und die KI würde dann Muster erkennen, automatisiert und dann lernen und dann sehen, das ist ein dringender Fall für einen Herzkatheter und es ist ein weniger dringender Fall. Ganz genau so ist es, Lauren. Das ist wirklich wahrscheinlich ein Vorzeigebeispiel dafür, wo man bei der künstlichen Intelligenz schon sehr nahe an der klinischen Praxis ist, wo es, glaube ich, sehr wertvoll ist und funktioniert. Gleichzeitig ist es auch in der Medizin, in der evidenzbasierten Medizin so, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Tools im Rahmen von wissenschaftlichen Studien auch evaluiert und validiert und nicht einfach blind einsetzt, ohne das jemals getestet zu haben. Und diese App möchten wir also sozusagen auch nicht einfach jetzt nur entwickeln und dann einsetzen, sondern das ist wirklich ein langer Prozess, den wir dadurch laufen möchten, im Sinne von der Entwicklung auch über die klinisch-wissenschaftliche Studie mit Validierung und im besten Fall, das wäre das Ziel daran, vorhersehend kann man es nie, auch dann Etablierung dieses Tools, wenn man zeigen kann, dass es eben die Triage der Herzinfarktpatienten im Netzwerk weiter optimiert und nochmal nach vorne bringt. Wenn du jetzt einfach schätzen würdest, wie viel Prozent würde man da rausholen von den 10 Prozent? Das ist ganz schwierig zu sagen, aber ich glaube tatsächlich sehr daran, dass sozusagen eine relevante Verbesserung erzielt werden kann, die sozusagen am Ende beim Patienten ankommt. Das muss ja klar immer das übergeordnete Ziel sein, sonst bringt das nichts und ich bin davon überzeugt, wo das am Ende ist, würde ich jetzt nicht auf eine Zahl festmachen. Aber schätze ich, jeder, der etwas gerettet werden kann, wird dann dankbar sein? Genau, für den Patienten, der sozusagen dann schneller drankommt, ist es ein absoluter Mehrgewinn und Nutzen. Und natürlich, wie das statistisch dann der Effekt oder die Effektgröße ist, da muss man zurückhaltend sein mit Vorhersagen. Deswegen macht man ja die Studie, um das heiß zu finden. Also so ein typischer Patient hat jetzt irgendwo im Zillatol einen Herzinfarkt. Zum Beispiel, ja. Dann die Notärztin sieht, oh, das schaut klinisch so klassisch aus, Druck auf der Brust, Ausstrahlen links, was ich als Mediziner. Und macht EKG, sieht das EKG, das ist meine klassische Veränderungen. Der Patient ist vielleicht auch ein Risikokandidat, vielleicht ein Raucher, ein bisschen älterer. Hatte schon mal einen Herzinfarkt vor fünf Jahren, sagt das ist wie damals, oder das ist so der ganz klassische... Das kommt mir bekannt vor, ja. Das heißt, die Notärztin ruft im Labor an und sagt, also im Herzkettel-Labor. Ja, genau, an diesem sozusagen Telefon, das ist die sogenannte CCU, das ist die Coronary Care Unit, das ist ein Konzept. Das war auch damals dann so 10, 20 Jahre nach dem Eisenhower Herzinfarkt etabliert worden. Ganz interessant, nur nebenbei. Man hat damals nämlich tatsächlich die Herzinfarktpatienten irgendwo versorgt, sozusagen bei medizinischem Personal, das nicht explizit auf dieses Kollektiv auch geschult war. Und da ist sozusagen dann gebrochene Haxen, nehmen Herzinfarkt, legen und alles. Und dann hat man in den 60er Jahren gesagt, nein, das sind in dem Moment so schwerkranke Patienten, die so eine hohe Sterblichkeit haben. Die haben schwere Herzrhythmusstörungen, Herzversagen. Die tun wir jetzt alle auf eine Station, einen des Coronary Care Unit und spezialisieren uns sozusagen auf dieses Patientenkollektiv, weil es auch so häufig ist. Und allein durch diese Maßnahme, die heute völliger Standard ist, wir haben unsere Coronary Care Unit eben seit eh und je, hat man damals zeigen können, wenn man dann Defibrillationsbereitschaft hat für maligne Herzrhythmusstörungen, die sie gar nicht so selten sind, dass man die Frühsterblichkeit um 50 Prozent relativ senken kann. Das heißt, das ist so der Dreh- und Angelpunkt der Herzinfarktversorgung und da sitzt auch dieser Arzt, der diesen Anruf entgegennimmt und dann entscheiden muss, ist das ein Patient, ist das plausibel, vorsichtig gesagt, was der Kollege da ist, sozusagen vor Ort. Das ist gar nicht so einfach, wenn man da in der feinen Wildbahn ist, oder mit begrenzten Möglichkeiten. Natürlich gibt es die Fälle, wo es ganz klar ist. Da muss man nicht lange den Notarzt fragen, da ist jeder einer Meinung. Aber es gibt halt da die atypischen Präsentationen, Stichwort da Frauen, die sich häufig eben nicht ganz so klassisch präsentieren, wo der Notarzt eine Ersteinschätzung abgibt, aber halt mit dem Kardiologe, der das halt nochmal viel, viel häufiger sieht und dann auch immer das Ergebnis im Herzkatheter, da glaube ich nochmal einfach der Spezialist schlechthin ist, das nochmal besser interpretieren kann und dann sagt, okay, komm direkt in den Herzkatheter oder nein, das klingt für mich eher nach einer anderen Ursache, wo man auch schnell erkennen muss, wo der Herzkatheter aber schädlich wäre, weil man die Diagnose verzögert, weil man für den Herzkatheter starke Blutverdünnung braucht und wenn es eine Erkrankung ist, die eben eine Blutverdünnung negativ ist, zum Beispiel eine Blutung, dann würde man den Patienten aktiv schaden. Das heißt, das ist im Alltag oder im Einzelfall oft eine sehr diffizile und nicht einfach zu treffende Entscheidung. Wenn man die falsche Entscheidung trifft, dann würde man den Patienten sogar schaden. Hat unmittelbar leider dann Konsequenzen und deswegen muss man natürlich immer nach bestem Wissen und Gewissen und halt als Team mit den halt zur Verfügung stehenden Befunden das gemeinsam bestmöglich entscheiden. Und wenn ein Patient jetzt wirklich einen schweren Herzinfarkt hat, man würde ein Labor machen vermutlich und im Labor würde es auch dann das entsprechende Wert erhöht sein. Wie funktioniert denn so ein Herzkatheter? Weil Leute haben vielleicht das Wort Herzkatheter schon mal gehört. Jetzt wenn sie Katheter hören, denken sie eher an den Harnkatheter. Es ist was anderes. Es ist nicht ganz das Gleiche, genau. Also der Herzkatheter, das kann man immer am besten mit einem Bild natürlich zeigen oder wenn man es direkt vor Ort sieht. Ich versuche es jetzt so einfach sozusagen ohne bildliche Darstellung zu erklären. Beim Herzkatheter ist es eine Untersuchung der Herzkranzgefäße. Die funktioniert tatsächlich dadurch, dass man eine lokale Betäubung entweder im Bereich der Leistengefäße oder der Unterarmgefäße macht. Mittlerweile ist es Standard, dass man das über das Unterarmgefäß macht. Das ist die sogenannte Arteria radialis, also die Unterarmarterie. Da, wo man klassischerweise auch als Nichtmediziner, als Laie den Puls tastet. Und genau an dieser Stelle setzt man eben die lokale Betäubung. Der Patient ist ansonsten völlig wach, braucht keine Narkose und sonstige Therapie. Wir sagen immer das Bigste jetzt einmal wie beim Zahnarzt, wenn er die lokale Betäubung setzt. Und danach ist die Untersuchung eigentlich schmerzfrei. Was man dann macht ist, man sticht diese Schlagader an mit der feinen Nadel und fährt dann mit einem ganz feinen Draht in das Gefäß hinein. Und über diesen Draht kann man dann entlang des Unterarms, Oberarms, dann über die Schlüsselbeinarterie tatsächlich in die Hauptschlagader kommen. Und dort am Beginn der Hauptschlagader die ersten Gefäße, die aus der Hauptschlagader herausgehen, sind die Herzkranzgefäße. Und diese Herzkranzgefäße kann man dann in weiterer Folge darstellen, indem man über diesen eingesetzten Draht, das ist dann wie eine Schiene oder wie ein Gleis, sozusagen einen sogenannten Katheter vorschieben kann. Das ist ein ganz feiner, dünner Plastikschlauch, zwei Millimeter im Durchmesser ungefähr, der eben in diesem Gefäß Platz hat und dann vorgebracht wird, genau an den Ursprung der Herzkranzarterie. Und dort kann man dann über diesen Plastikschlauch, der sozusagen einen Innenlumen hat, hinten Kontrastmittel hineinspritzen. Das kommt dann vorne hinaus, fließt direkt in die Ader und zum Zeitpunkt, wo man das Kontrastmittel in die Ader spritzt, macht man eine Röntgenaufnahme. Das ist röntgendicht das Kontrastmittel, das man da spritzt. Und mit einem Röntendetektor kann man dann diese Arterie sozusagen oder das Lumen des Gefäßes mit dem Kontrastmittel sehr schön darstellen. Also man weiß sozusagen, wohin das Kontrastmittel fließt. Ja. Und wenn es durch die Gefäße fließt zum Beispiel, dann sind sie offen, wenn sie nicht fließen. Dann sind sie verschlossen. Klassisches Beispiel des sozusagen schwersten Herzinfarktes, den es gibt, kompletter Verschluss des Gefäßes oder eben es fließt noch, aber fließt deutlich verzögert, weil das Gefäß an einer Stelle, und das kann man dann auch wirklich sehr gut erkennen, zu 90, 99 Prozent verschlossen ist. Das hängt sozusagen dann am seidenen Faden, ist noch offen, aber ist sozusagen unmittelbar davor, ganz komplett zuzugehen. Also das Herz kriegt kein Blut mehr. Es kriegt keine Luft mehr, sondern es kriegt kein Blut mehr. Genau. Das Herz ist jetzt vereinfacht gesagt ein Muskel, wie sonst auch die Muskeln, die haben ein Sauerstoffbedarf und Angebot, das wird dadurch gewährleistet, dass das Blut durch das Herzkranzgefäß durchfließt. Die Kardiologie ist ein sehr einfaches Fach. Es gibt drei Adern, die Vorderwand, Seiten- und Hinterwandader am Herzen und diese drei Adern müssen offen und durchgängig sein. Dann ist das Herz zufrieden, kriegt seine Nährstoffe, kriegt seinen Sauerstoff und alles ist in Ordnung. Es kann sich sozusagen zusammenziehen, der Muskel und wieder entspannen. Das macht er 60 Mal in einer Minute, also sehr oft und dann ist alles wunderbar. Wenn eben nicht so ist, dass zum Beispiel die Vorderwandader diese 99-prozentige Engstelle hat, dann kann das schon eben dazu führen, dass in Ruhe die Durchblutung gestört ist, was das Klassische sozusagen beim Herzinfarkt ist. Herzmuskelzellen absterben, dadurch Herzrhythmusstörungen entstehen und der Herzschwäche. Und das ist ein Prozess, der geht nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern das geht über Stunden typischerweise. Das heißt, die Herzmuskelzelle, die von der Durchblutungsstörung bedroht ist, geht in einen Prozess des Absterbens, der über Stunden sich hinzieht. Und in diesen Stunden sozusagen, je nachdem, ob das Gefäß ganz zu ist, da hat man eigentlich wenige Stunden bis eigentlich keine Zeit. Wenn das Gefäß nicht ganz zu ist, dann schafft es die Herzmuskelzelle auch, vielleicht bis zu über Tage zu überleben. Und sobald die Durchblutung wieder herstellt, ist sie nicht abgestorben, sondern erholt sich wieder auch funktionell und kann dann wieder normal funktionieren. Und das ist dieses Zeitfenster, das man hat. Also man muss so schnell wie möglich, wenn es um das geht, den Patienten behandeln. Natürlich weiß man nur dann, wenn man den Katheter schon gelegt hat, wie zu das Ganze wirklich ist. Ja. Gleichzeitig kann man das schon aus der klinischen Präsentation und vor allem aus dem EKG sehr gut vorhersagen. Nie in 100% der Fälle, aber in den allermeisten. Und eben das ist die Entscheidung, die man treffen muss. Und wenn es jetzt zu ist, was macht man? Ja, dann ist es so, dass man über diesen vorher erwähnten Plastikschlauch, der am Beginn der Ader sozusagen zum Liegen kommt, die Möglichkeit hat, wieder ganz feinste Drähte, sozusagen das sind ganz speziell geformte Edelmetalle mit der ganz eigenen Beschaffenheit, mit diesen Drähten kann man dann in die Ader hineinfahren und dann diese Verschlussstelle mit einem gewissen Geschick. Das ist nicht etwas, was man so schnell nebenbei lernen kann. Da brauchst du durchaus viel Übung und sozusagen Zeit, eine Lernkurve. Aber da geht es ja um Millimeter. Da geht es um Millimeter und da geht es ja darum, dass man mit diesen Drähten potenziell immer auch sozusagen, gerade wenn das Gefäß komplett verschlossen ist und man nicht sieht, wo der weiter Verlauf ist, dass man, wenn das nicht gut geht, was zum Glück sehr, sehr selten ist. Die Methode ist wirklich exzellent. Kann es aber passieren, dass man auch sozusagen das Gefäß verlässt, also da sozusagen durchsticht. Ein Loch macht. Ein Loch macht, am gut Deutsch, nicht medizinisch jetzt ausgedrückt, aber verständlich wahrscheinlich und das hat dann wieder unter Umständen auch wirklich schlimme Folgen. Das heißt, man muss damit sehr viel Gefühl und großmöglicher Sorgfalt und einer gewissen Demut sozusagen herangehen und es dann passieren, diese Verschlussstelle. Sobald es passiert ist, dient wieder dieser koronare Führungsdraht, wie wir ihn nennen, als Schiene für dann weitere sozusagen Therapien, die man dann mechanisch setzen können. Und was ich damit meine, sind zwei Sachen. Als nächstes würde man dann einen ganz feinen Ballon, der nicht entfaltet ist, über diesen Herzkatheter vorschieben, über diesen Plastikschlauch und dann über diese Schienung, das dieser Draht sozusagen bringt, in die Verschlussstelle hineinbringen und dann mit sehr viel Druck sozusagen das aufdehnen. Und sehr viel Druck heißt in dem Fall ja so 10 bis 16 Bar. Also wenn man an einen Autoreifen denkt, der zwei bis drei Paar ungefähr hat, dann wendet man da sehr viel Kraft auf. Der Ballon ist je nachdem, wo die Gefäßverschlussstelle ist, so zwei bis maximal vier, selten größer Millimeter im Durchmesser, dehnt man das mit viel Kraft auf. Das ist ja meistens ein Blutgerinnsel, was diesen Herzinfarkt auslöst oder de facto immer. Und dann drückt man das mal alles an die Wand. Und dann hat man, das war erstmalig durchgeführt vom Kollegen Grünzig, 77 in der Schweiz, das war wirklich eine Revolution damals, diese Ballondehnung. Das hat die ganze Herzinfarkttherapie dann in den Folgejahrzehnten, in den 80er, vor allem dann in den 90ern und früheren 2000ern revolutioniert, hat man eben jetzt erstmal können vor Ort mechanisch das Aufdehnen. Was man dann aber gelernt hat, ist, dass diese Dehnung alleine zwar viel bringt, aber es häufig so ist, dass kurze Zeit später das wieder eng wird. Und dann hat man dieses Konzept der Stents entwickelt. Stent, ja. Stent, das kann man vielleicht auch als Gefäßstütze bezeichnen. Das ist vereinfacht gesagt der Drahtgeflecht. Da gibt es auch verschiedenste sozusagen Materialien, wie zum Beispiel so Kobalkromlegierung. Und das ist nichts anderes, eben wie Gefäßstütze, wie ich vorher gesagt habe, dass man dann an der Stelle einsetzt, auch wieder mit einem Ballon dehnt man dieses Geflecht auf und das sozusagen verankert sich dann in der Gefäßwand im Bereich der Verschlussstelle. Hat auch mittlerweile immer eine Medikamentenbeschichtung, die dazu sozusagen dient, dass da an dieser Stelle keine Wucherung von Narbengewebe oder sogenannten Endothelzellen passiert. Dass es nicht wieder zugeht. Dass es nicht wieder zugeht. Und mit dem hat man mittlerweile in den allermeisten Fällen wirklich sehr gute Ergebnisse. Das heißt wieder eine Normalisierung des Blutflusses und auch langfristig mittlerweile. Wir sind jetzt in der dritten Generation dieser sogenannten Stents. Am Anfang waren das sehr sperrige Gefäßstützen, die man schwierig vorgebracht hat und die nicht einfach zum Implantieren war. Mittlerweile hat sich das sehr viel verbessert und wir können das wirklich mit sehr hohen Erfolgsraten dort implantieren, also den Stent setzen an der Verschlussstelle und dann in aller Regel hält es 10, 20 Jahre. Also es kann leicht sein, dass jemand, der da zuhocht, mit dem Stent um und umläuft. Ja, das ist durchaus sehr häufig. Ich habe die Zahl noch nicht genannt, aber kann es gerne an der Stelle tun. In Innsbruck und damit sozusagen in Tirol, vielleicht einige Nachbarländer, die wir gelegentlich auch mit betreuen, viele Touristen auch, haben wir im Jahr mittlerweile über 1000 Herzinfarktpatientinnen und Patienten, die wir bei uns im Herzkatheter akut notfallmäßig versorgen. Und die bekommen, sage ich mal, in 99 Prozent zumindest einen Stent. Weil sie haben vermutlich bei Definition einen Verschluss. Das heißt, es muss irgendwie aufgemacht werden. Genau, ja. Also man weiß am Anfang, so das Schlagwort Zeit ist Muskel. Das ist in der Akutversorgung des Herzinfarkts das zentrale sozusagen Thema, das man adressieren muss. Und das passiert mittels Herzkatheter und Stentimplantation. Genau. Wenn man jetzt keinen, also wenn man jetzt einen weniger akuten Herzinfarkt hat, kann man auf den Herzkatheter verzichten prinzipiell? Natürlich gibt es auch diese Situation. Es ist der Herzkatheter, wie ich ihn gerade geschildert habe, ein sehr schonendes Verfahren mit wenigen Komplikationen. Aber jeder, der hier sagen würde, es gibt keine Komplikationen und keine Nachteile, der würde nicht sozusagen die Wahrheit sagen. Das heißt, man muss das für den individuellen Patienten immer abwägen und entscheiden. Es war früher viel relevanter noch als heute, gerade beim älteren Patienten, wo man über die Leistenarterie sozusagen den Katheter gesetzt hat, da hat es durchaus auch schwere Blutungskomplikationen gegeben, weil man in den Bauchraum häufiger leider auch hineingeblutet hat. Das war immer selten, diese Komplikation, aber sie war ein paar Mal im Jahr auch bei uns sozusagen gesehen worden. Und das heißt, man kann da immer auch sozusagen einen Nachteil aus dieser Untersuchung haben. Letztlich bei Patienten, wo der Herzinfarkt sehr, sehr leicht ist oder wo es wahrscheinlich eben, das gibt es auch, kein Verschluss oder keine Engstelle, die Ursache ist, sondern zum Beispiel eine schwere Blutarmut, eine schwere Einschränkung der Nierenfunktion, die auch diese Herzwerte erhöhen kann. Und dass dann zum Beispiel ein älterer Patient ist, der überhaupt keine Herzbeschwerden hat, wo es in erster Linie auch darum geht, nicht, dass der jetzt nochmal zehn Jahre mit 95 Jahren älter wird, sondern dass der schmerzfrei jetzt ist und wenn er a priori keine Schmerzen hat, dann kann man mit dem Katheter auch keine Schmerzen verbessern. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich sage, nicht jeder Patient immer braucht einen Herzkatheter. Die allermeisten aber sehr wohl, ja. Jetzt, welche Projekte habt ihr aktuell am Laufen auf der Kardiologie? Du hast das mit der App angesprochen. Genau, ich habe vorhin noch von einem zweiten großen Projekt gesprochen, beim Herzinfarkt, wenn ich das kurz noch schildern darf. Das ist ein sehr, finde ich, spannendes Thema, was man nämlich in letzter Zeit immer mehr auch gelernt hat, ist, dass der Herzinfarkt, wenn er denn passiert ist, auf Gewebsebene im Herzmuskel starke Entzündungsreaktion auslöst und da dann verschiedene Moleküle auch diese Entzündungsreaktion nochmal antreiben. Und wir haben gemeinsam als Kooperation mit anderen Disziplinen, vor allem der Radiologie hier am Campus, als auch der Nephrologie in dem Fall, sozusagen ein Verfahren, das wir gerade testen, das sich Apharese nennt. Apharese, ja. Das ist nicht eine Blutwäsche-Dialyse, aber man kann es vielleicht so vereinfacht gesagt damit vergleichen. Und was man da, das ist in der klinischen Routine noch kein Standard, aber wir testen das gerade in einer großen wissenschaftlichen, akademischen Studie, die haben wir selbst sozusagen initiiert. Ich bin der Studienleiter, das sind mittlerweile fünf Zentren in Österreich und Deutschland, die an dieser Studie teilnehmen. Das ist sozusagen eine klassische, prospektiv kontrolliert, randomisierte Studie, also die bestmögliche Studienmethodik, die man anwenden kann. Und da untersuchen wir bei Patientinnen und Patienten, die so einen klassischen Herzinfarkt hatten mit verschlossenem Herzkranzgefäß, die im Katheter versorgt sind, ein Stent oder mehr Stents bekommen haben mit gutem Ergebnis. Und wenn die dann in den nächsten Stunden nach dem Herzinfarkt Zeichen so einer überschießenden Inflammationsreaktion entwickeln, dann tun wir sie eins zu eins sozusagen zuteilen zur Standardtherapie, wie sie eben derzeit Standard ist, oder eben zur Standardtherapie zusätzlich am Tag 1, Tag 2 und Tag 3 mit dieser Apharese spezifisch einen Entzündungsmarker aus dem System, aus dem Kreislauf entziehen, weil wir glauben, dass dieser überschüssige Entzündungsmarker, wenn er denn eben zu viel da ist, im Heilungsprozess, da gibt es experimentelle Daten, sozusagen negativ das beeinflusst. Und wir uns aus dieser Studie erhoffen, zeigen zu können, dass man mit dieser Zusatztherapie eben die Infarktheilung positiv beeinflussen kann, dass am Ende der Herzinfarkt die Narbe am Herzmuskel kleiner wird, als wenn man diese Therapie nicht macht. Also das ist jetzt sozusagen irgendwas, was im Blutmarker, etwas, was im Protein, das im Blut schwimmt? Das ist ja ein Protein, genau. Wie heißt das? Das heißt, sehr reaktives Protein, kennt man aus der klinischen Routine, ist immer wieder auch früher diskutiert worden in der Entstehung der Atherosklerose, da ist das wahrscheinlich kein kausaler Faktor, aber es gibt gute Daten, dass es beim, wenn der Herzinfarkt dann passiert ist, sozusagen in der Wundheilung, im Myokard eine pathogenetische Rolle spielt und das möchte man jetzt eben mit dieser Studie auch adressieren und da ein neues Therapiekonzept sozusagen mit testen und hoffen, dass wir da einen Benefit erzielen können. Also es entfernt das CRP-Protein aus dem Blut der Patienten und schaut, ob es einen Benefit bringt. Ganz genau, das biegt sozusagen am zweiten Tag nach dem Herzinfarkt, deswegen machen wir diese Therapie am Tag 1, Tag 2 und Tag 3 und da können wir aus nicht-anomisierten Vordaten wissen, dass man mit diesem Apheresa-Verfahren ungefähr sozusagen die CRP-Last in diesen drei Tagen um 50% reduzieren kann. Und wann startet die Studie? Die Studie ist schon gestartet, das war ein sehr langer Prozess, man muss sich vorstellen in fünf Zentren, Lübeck, Leipzig, Salzburg, Graz und eben Innsbruck, wo das Ganze sozusagen initiiert wurde, da ist sehr viel Aufwand, es braucht regulatorische Medizinprodukte-Studie, regulatorische Aspekte, die man da sozusagen, oder Hürden, die man auch bewältigen und nehmen muss, braucht natürlich Ethikkommission, Studienprotokoll, an der Stelle auch erwähnenswert, dass da am Campus, an der MedUni, das wirklich gerade den Hinblick auf klinische Studien sehr gut mit dem KKS auch funktioniert, die Zusammenarbeit. Das Kompetenzzentrum klinische Studien, ja. Danke, genau. Da haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit, die uns in diesen Aspekten auch sehr intensiv begleiten, das Monitoring der Studie machen und das haben wir alles 2019 begonnen. Vorbereitungsphase hat eineinhalb Jahre gedauert und jetzt kann ich eigentlich mit einem gewissen Stolz auch sagen, dass man mittlerweile über 50% der Patientinnen und Patienten, es sind insgesamt 202 nach der Fallzahlschätzung, bereits eingeschlossen und randomisiert haben und die Hälfte davon auch behandelt haben. Also es schaut gut aus, dass du das demnächst bald da abschließen kannst. Ja, immer Definitionssache, was bald ist, das werden ungefähr nur zweieinhalb Jahre nötig sein, diese Studie abzuschließen. Aber wir sind jetzt sozusagen auf gut halb Weg, ja. Und ich bin zuversichtlich, das werden wir abschließen und das läuft, ja. Darf man schon was sagen, wie das ausschaut? Von Ihren Ergebnissen her? Weißt du das schon? Ich weiß es schlicht nicht. Das ist ganz wichtig, wenn man das nach ganz strengen wissenschaftlichen Kriterien am Anfang plant, dass man sozusagen vor man die Studie startet ein genaues Studienprotokoll braucht. Und da gilt es unter anderem auch zu definieren, ob man sogenannte Zwischenanalysen, Interims, Interimsanalysen macht oder nicht. Ganz grob gesagt, ich hoffe jetzt, dass da kein Statistiker zuhört oder dann, wenn er denn doch zuhört, nicht ganz zu streng ist und mir das verzeiht. Bei kleinen Studien sollte man nicht so oft sozusagen oder eigentlich gar nicht in die Daten hineinschauen, keine Interimsanalysen machen, weil man dann da zufällige Signale sieht, die so nicht einfach aufgrund der kleinen Fallzahl vorliegen. Und deswegen haben wir uns am Beginn auch gemeinsam mit unseren Statistikern sozusagen darauf geeinigt, dass wir keine Interimsanalyse machen und erst am Ende, nach Abschluss der Studie, diese Daten auch verblindet analysieren werden. Und somit die kurze Antwort, ich kann dazu nichts sagen. Also verblindet heißt, sobald es fertig ist, wird es dann analysiert und unabhängig davon, von den Menschen, die die Behandlung gemacht haben, die Interimanalyse. Genau, tatsächlich so, dass ihr vor die Radiologie erwähnt, ich bin da jetzt ein bisschen über zehn Jahre in der Forschungsgruppe tätig, die ist damals vom Professor Bernhard Metzler sozusagen ins Leben gerufen worden und ich hatte das Glück im Nachhinein auch, das ist immer ein bisschen ein Zufall, 2012 in seiner Arbeitsgruppe sozusagen gekommen zu sein oder die Möglichkeit bekommen im Rahmen eines PhDs, den ich in der MedUni absolviert habe, da mitzuarbeiten und in diese Thematik auch eingeführt zu werden. Und dem damals gemeinsam mit der Radiologie, das war auch schon vor meiner Zeit, das sogenannte Herz-MRT etabliert tatsächlich auch diese Narbendarstellung beim Menschen, was ja gar nicht trivial ist, sozusagen nach einem Herzinfarkt, damals auch Professor Schock, Professor Jaschke gemeinsam mit Professor Metzler und die Radiologie bietet da wirklich sehr hohe Exzellenz, da ist erwähnt die Agnes Mayer, die das nicht nur klinisch, sondern auch wissenschaftlich jetzt schon seit Jahren mit uns gemeinsam, würde ich durchaus sagen, sehr erfolgreich auch durchführt, hat uns da in diesem Projekt auch die Möglichkeit oder das ermöglicht, bei all diesen Patienten ein Herz-MRT zu machen, nach dem Herzinfarkt und damit eben diese Narbe zu quantifizieren. Und im MRT sieht man nicht, ob der Patient Apherese bekommen hat oder nicht, das heißt wir werden diese Daten dann sozusagen an die Radiologie geben und sie bitten sozusagen alle Patienten einfach auszuwerten, diese Narbendarstellung, gibt es viele weitere Parameter, die man da auch anschaut, primär ein Punkt ist diese Infarktnarbe und da werden wir das dann von denen eben verblindet, ohne dass sie wissen, welche Therapie oder eben nicht angewandt wurde, auszuwerten und dann sehen wir, was rauskommt. Bin vorsichtig optimistisch, aber weiß natürlich gar nichts. Darfst du nicht wissen? Kann ich auch nicht, weil sie noch nichts ausgewertet haben. Okay, aber da werden wir ein Ergebnis sehen in ein paar Jahren. Genau. Ja, Wissenschaft braucht Weile, aber wenn man es gut und gründlich macht, vor allem mit einer Riesenstudie mit vielen Zentren, dann braucht es ja natürliche Zeit. Das ist so, das kann man auch nicht von heute auf morgen, also auch meine fast zehn Jahre gebraucht. Die ersten Studien waren viel Beobachtungsstudien und das ist jetzt meine sozusagen erste, wo ich sozusagen in leitender Funktion akademisch randomisierte Interventionsstudie, das ist ja, braucht sehr viel Planungsarbeit und braucht auch ein Team, das einen da unterstützt und da man wirklich an den genannten Abteilungen, vor allem an der Kardiologie mit unserem Leiter, Professor Axel Bauer, jemand, der das nicht nur vorlebt und selber solche Studien schon erfolgreich durchgeführt hat und noch auch durchführt und der da sozusagen auch als Mentor fungiert und da einem auch diese Möglichkeiten gibt, weil ansonsten könnte man da wollen und versuchen, was man ja auch immer möchte, aber da hätte man keine Chance. Das ist ja Teamarbeit alles. Absolut. Ja, absolut. Genau. Jetzt, wenn man so ein bisschen, also es geht jetzt um 20 Jahre mit Uni, wenn wir in den nächsten 20 Jahren schauen, wie spekulierst du, wünschst du dir die Zukunft in der Behandlung? Da gibt es ja, oder bekannte Sprichworte, schwierigste, oder was man vorhersehen kann, ist die Zukunft. Also ungefähr und deswegen ist das immer ein Wagnis, dass ich jetzt gerne mal versuche, keine Ahnung, in 10, 20 Jahren wird man dann sehen, ob es ganz anders gekommen ist, was wahrscheinlich so ist, aber ich glaube ein Feld, das habe ich auch eingangs schon erwähnt, ist digitale Medizin und künstliche Intelligenz. Das sicher hat einfach das Potenzial, die Medizin und nicht nur die Medizin von A bis Z zu revolutionieren und wir sehen das jetzt schon so langsam drückt, das in die klinische Routine ist noch. In vielen Bereichen weit davon weg, aber es wird immer konkreter und ich glaube in den nächsten 10, 20 Jahren wird es das dominierende Thema sein. Ich habe vorher das sozusagen diagnostische Aspekt erwähnt, unsere App für die Herzinfarkt-Triage. Ich glaube aber, das wird in allen anderen Bereichen auch, angefangen auch von der Administration, das ist natürlich nichts, wo man jetzt groß darüber spricht, aber auch Teil unserer Arbeit ist, wo halt Arztbrieferstellung und alles automatisiert wird mit künstlicher Intelligenz und dann auch, glaube ich, man ganz neue Ansätze in der Medizin und auch in der Behandlung wählen kann und das wird das alles revolutionieren. Man war die Bildgebung vorher, gesagt, mit dem Herz-MAT, wir selbst als Kardiologen machen ja ganz viel Herz-Ultraschall, da gibt es ganz faszinierende Daten, jetzt schon erste Projekte, die zeigen, dass automatisierte Bildanalysen mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund sehr vielversprechend ist, dass man am Ende sozusagen jetzt vielleicht in 10 Jahren den Schallkopf noch hinhält und dann gibt es schon so eine vorausgewertete Analyse vom Herz und als Arzt muss man dann viel mehr vielleicht noch sozusagen das validieren und sagen, ja, das ist so oder ist jetzt kein Fehler. Überprüfen, ob die Maschine auch richtig wird. Genau, das wird halt alles automatisiert und schneller gehen und es wird da breiter angewendet werden. Man kann sich, glaube ich, viel besser interdisziplinär und unkomplizierter austauschen und dann möchte ich vielleicht noch ein Projekt erwähnen, da haben wir jetzt gerade einen sehr, sehr großen sozusagen Förderung bekommen, nämlich vom Ludwig-Boltzmann-Institut. Das Ludwig-Boltzmann-Institut hat heuer österreichweit klinische Forschungsgruppen sozusagen ausgeschrieben, wo man also erstmals explizit groß angelegte klinische Forschungsprojekte unterstützen möchte und wir sind jetzt eines der drei sozusagen ausgewählten Projekte an unserer Abteilung, an der MedUni Innsbruck. Das war eine österreichweite Ausschreibung, wenn ich es kurz ausführen darf. 44 große Forschungsprojekte, das sind immer Konsortialprojekte, haben sich da beteiligt und beworben. Am Ende waren wir dann in einer finalen Runde mit acht Projekten und haben dann von diesen acht Projekten drei den Zuschlag gekriegt. Zwei in Wien, eins in Innsbruck. Und da ist unsere Abteilung mit dabei. Der Axel Bauer ist Projektmentor. Ich darf Projektleiter sein. Und ich glaube, das ist eine Vision, die man da verfolgen darf. Die wird jetzt mit acht Millionen Euro über acht Jahre gefördert, die extrem zukunftsrechtlich ist. Und was wollen wir da machen? Kurz gesagt geht es um die häufigste Herzrhythmusstörung beim erwachsenen Menschen, das ist das Vorhofflimmern. Vorhofflimmern, das betrifft über 60 Millionen Menschen weltweit und hat gerade in Österreich, gibt es schöne Europadaten, interessanterweise extrem hohe Prävalenz. Österreich ist das Land, wo es bei Männern Vorhofflimmern am viert häufigsten ist und bei Frauen sogar europaweit am häufigsten überhaupt. Also gerade für Österreich ein sehr relevantes Thema. Interessant. Und das Trügeschirr ist beim Vorhofflimmern, dass es häufig spät erkannt wird, weil es oft subtil asymptomatisch, oligosymptomatisch ist, also wenig Beschwerden macht und weil es oft auch sozusagen nur intermittieren darf. Das heißt, es ist mal da, mal nicht da. Das heißt, man erkennt es nicht immer gleich. Das Problem ist, Vorhofflimmern macht aber signifikante Probleme im Sinne von, das hat eine hohe Krankheitslast, führt zum Beispiel zu einem deutlich erhöhten Risiko für Schlaganfälle, aber auch zum Beispiel für andere Erkrankungen wie Herzschwäche. Und das sind alles Sachen, wenn sie dann auftreten, die schon sozusagen unmittelbar schwere Konsequenzen haben. Also wenn der Schlaganfall mal da ist, kann es zu spät sein. Also eine Erkrankung, die immer sehr, sehr leise ist, auf ordentlich Weise, aber dann laute Konsequenzen kommen kann. Genau, und das sind Leute, sozusagen Menschen, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Patienten, die das haben, aber nichts davon wissen. Also man schätzt ungefähr, das ist schwierig, ganz genau zu sagen, aber ungefähr 30 Prozent des Vorhofflimmers in der Bevölkerung ist nicht bekannt, nicht diagnostiziert und damit auch nicht behandelt. Und unsere Vision in diesem Projekt ist es jetzt, und das ist weltweit, glaube ich, einzigartig und ist erstmalig, dass man das in einem großen Studienprojekt jetzt versuchen zu zeigen, dass das sinnvoll ist und machbar ist, dass man die Patienten oder die Menschen, die Vorhofflimmern haben, aber nichts davon wissen, sozusagen zu Hause abholt. Und zwar mit ihren digitalen Tools, die sie zu Hause haben. 90 Prozent der Österreicher und Österreicher haben ein Smartphone. Und man kann mit einer einfachen App, und explizit können auch alte Menschen sozusagen Vorhofflimmern anhand des Smartphones erkennen. Wenn man zum Beispiel den Finger auf die Smartphone-Kamera draufgibt, kann man mit einer App eine Pulsanalyse machen und daraus dann Vorhofflimmern ableiten. Und Professor Bauer hat in einer Vorstudie, die letztes Jahr sehr prominent auch am Europäischen Kardiologenkongress vorgestellt wurde und publiziert wurde im Nature Medicine, gezeigt, dass man mit diesen Smartphones, das eben fast jeder von uns hat, die Diagnose von vorher nicht bekannten Vorhofflimmern, die Detektionsrate mehr als verdoppeln kann. Also man kann mit Smartphones, die fast jeder von uns hat, sozusagen ohne, dass der Mensch irgendwo zum Arzt muss, zu Hause vorhofflimmern erkennen, frühzeitig. Die Frage, und das möchte man jetzt mit diesem Projekt beantworten, kann man dann, ohne diesen Menschen zu sehen, sozusagen völlig digital, zentrumslos, diesen Patienten dann auch sozusagen durch Interventionen, also durch Empfehlungen sozusagen oder Therapiemaßnahmen auch diesen Schlaganfall verhindern, die Herzinsuffizienz verhindern und letztlich verhindern, dass er dann vielleicht auch stirbt. Das hat noch nie jemand gezeigt, ist ja eine große Herausforderung, das klingt vielleicht einfach, aber das wirklich umzusetzen, sehr schwierig und herausfordernd, aber wir glauben möglich und wir glauben auch, dass das sozusagen nicht nur ein diagnostisches Tool ist, sondern auch ein Tool, wo man eben im Zeitalter der digitalen Medizin diese Betroffenen herausfischen kann und dann auch adäquat behandeln kann, dass eben der Schlaganfall nicht auftritt. Und das wird eine der Hauptaufgaben für uns hier an der MedUni Innsbruck, speziell an der Kardiologie, es sind viele andere Disziplinen, die daran teilhaben, hier die Neurologie, die MedUni Graz, das aus den Institute of Technology, auch die UMIT, die daran mitarbeiten. Dann das umzusetzen und diesen spannenden Weg zu gehen und dann hoffentlich zu zeigen, dass man auch damit und das vielleicht abschließend auch noch interessant geplant, nämlich bevölkungsweit in Österreich zu machen und das ist auch ein großer Mehrwert, das in das bestehende Gesundheitssystem, in die Gesundheitskarte elektronisch, das ist nämlich möglich, das haben wir schon im Vorfeld auch abgeklärt, mit dem Austrian Institute of Technology, in die Elga zu integrieren. Das heißt, dass das wirklich Teil der öffentlichen österreichweiten Gesundheitsversorgung sozusagen wird und dann auch eine Blaupause sein kann für alle anderen digitalen Ansätze, wie wir in Zukunft sozusagen die Bevölkerung in Österreich behandeln, nicht nur in der Kardiologie, sondern darüber hinaus auch. Das ist schon mal eine sehr interessante Zukunftsvision, würde ich sagen, ja. Und ich glaube auch, dass wenn man in den letzten 15 Jahren anschaut, wie sich da die Smartphone-Technologie entwickelt hat, dann würde ich mich wundern, wenn sowas nicht möglich wäre. Genau. Und wahrscheinlich kommen noch viele andere Sachen, die man sich schlicht auch nicht vorstellen kann oder wo man sagt, es gibt ja hier an der Metunie in Innsbruck viele weitere Forschungsgruppen, die halt vielleicht ganz andere Ansätze folgen, in ganz anderen Bereichen, die zukunftsrechtlich sind. Und das ist toll, wenn man so einen Standort hat, wo man die Möglichkeit bekommt, da so Visionen eben zu verfolgen und dann auch mit eben all diesen Ressourcen, die man zur Verfügung gestellt hat, werden auch umzusetzen. Gut. Dann damit gutes Schlusswort. Damit können wir, glaube ich, schon schließen, Sebastian, oder? Ja. Danke, Lauren, für die Einladung. Es war sehr angenehm. Und ja, ich hoffe, den Zuschauerinnen und Zuschauern haben wir etwas mitgeben können, was wir hier so machen. Ich denke, definitiv. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.